hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf rohkorti wir spielen heute overwatch und ich gebe ab zum kommentator kai flaume ja das team bauer rangers ist hier wieder ganz stark vertreten und wir hoffen natürlich wieder auf einen weiteren sieg und auf eine goldmedaille hier und der marin der ist auch mit dabei im spiel dabei medleute danke kai ich glaube es ist so dumm nein kommt er kommt er kommt druck druck wir brauchen hey wer ist eigentlich vor uns im tor ja du ach so ich bin im tor gehalten kommt er kommt bei denen ist glaube ich keiner im tor die das glaube ich nämlich auch nicht die waren nämlich einfach alle jetzt sein am tor könnte auch gut ich bitte mal das tor an also sorry aber nein da machst du nix wenn man so langsam ist guckst du einfach an höchstens mit dieser l1 aber diesen schub weg war dann ja da reicht aber nicht mal bis dahin ich geh ins tor mannen nach vorne ihm ist jetzt von die tor schießen was ich meine hier die win streak vom fc was die heißen wir noch mal ja ich muss auch gerade über eine andere kurz überlegen wie weiß ich hat schon wieder ganz vergessen die winning street die darf jetzt hier nicht einfach so abbrechen von 1 abseits hier brauchen vielleicht ein bisschen hilfe ja ich bin ja doch nicht der kam gut der kann die nimmst du geht da rein nee da kommt der wo ist ja in der mitte ach da ui schnell ins tor zurück ein boah parade und ihr die tue raus erst mal so ein so krass gehalten und da der passt ja genau ich wird der highlight okay ich kurz nach vorne hau den ball weg aha schade ich gehe jetzt wieder ins tor das heißt ihr geht wieder nach vorne oh ich schop mal die ulti wow klärt ihn mal gehalten dieser ansager wunderbar das war aber hier abgefälscht ganz gefährlich jungs was will der hier ich werde wieder belästigt im tor sehr gut ist einer kommt er kommt er kommt er ist immer noch hier ich freue mich gerade an mit dem gegner er geht nach vorne wenn der ball zu unserem tor kommt euch die ulti user kommt er bald zu mir oder was war das denn nochmal ich hab mein ulti ich hab mein ulti ich hab mein ulti achso gut kai gut kai er ist mal nebengeboxt wir müssen noch ein tor eigentlich schießen ja locker eins müssen wir noch aron oh 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 gar kein ding gar kein ding den hau ich raus du vorsicht jungs ja der geht auch raus oh ich weiß nicht ob ich den hier okay nice wir müssen jetzt nach vorne oder so last minute tor das würde jetzt ganz nice er kommt es ist ja hat ein tor gefassen wer war es denn jetzt eigentor der stand nur hat ein tor geschossen ja er hat ein tor geschossen ja goll jetzt müssen wir noch den ball einfach zu dritt ins tor stellen kommt schon disrespect vielleicht keiner mitmachen seid ihr langweilig los ja dann spielen wir jetzt locker runter ganz easy ja pass auf fünf sekunden ja klar da läuft nichts mehr ja ja zweiter sieg gg was easy äh ach drauf geschossen drauf geschissen verkackt erst mal ein z schreiben kein e z was was warum das war das erste tor bestimmt ne ja ok hat er halt auch gar nicht so schlicht gemacht danach hat er es schon gemacht wir hatten aber abgebrochen der idiot vier schüsse geil kommt schon es kommt schon episch yes dann wird gleich draußen gegangen die drei gegner ja lappen easy weg ja ist echt so wir haben also jetzt schon eine siegesszene von zwei ja eine siegesszene von zwei ach siegesserie okay das war ein gutes match jawohl das ist echt neuer ja dann heißt es wieder danke fürs zuschauen schalt auch beim nächsten mal wieder ein und lass eine wertung da haut rein tschüss battle on